Pasquale Basile ist ein italienischer Stuntman, Waffenmeister und Schauspieler. Basile über dessen Herkunft nichts bekannt ist, trat erstmals 1959 für einen Film in Erscheinung. AGI Murat Ildiavolo Bianco listet ihn als Schauspieler. In dieser Funktion war er bis 1978 immer wieder in Action-Szenen von Genre-Filmen zu sehen, für die er auch als Stuntman und Waffenmeister engagiert wurde. Einige Male wurde er als Piet Basile geführt. Filmografie, 1966, Schneller als 1000 Colts, 1966, Yankee, 1968, Johnny Dizang, 1969, La Ultima Aventura del Zorro, 1971, El Zorro Caballero de la Justicia, 1972, Die Söhne der Dreieinigkeit, 1976, The 44 Specialist, Ehevolo Caballero de la Justicia, 2020, Drozum где Der Leck dort BB-WPG,